In diesem Video werden die größten Menschen gezeigt. Mal schauen, wer auf Platz 1 ist. Okay, der Durchschnittsmensch, der ist 1,75. Ich bin nur 1,70. Okay, Shaquille O'Neal, 2,16, 2,25. Jaoming, 2,29. Diga, der lebt auch noch. 2,31, der ist schon gestorben. 2,35, Diga, 2... Diga, 2,37 Meter, Diga, wie kann man so groß sein? 2,41, 2012 gestorben, der lebt noch. 2,45, wie groß geht es eigentlich? Geht es bis 2,50? 2,48? 2,49? Ja, das ist es. Der lebt noch. Sultan, okay, der... Oh mein Gott, 2,51. Diga, es sind so viele Leute, so groß. Julius Koch, 2,59. 2,59, Diga, wie kann man so groß sein? Das ist ja übelstressig. John Rogan und Robert Waldo, 2,72.